Will Smith hat beim Dreh von Bad Boys Ride or Die jede Menge Spaß. Am 5. Juni kommt der vierte Teil des Actionfilms in die Kinos. Gegenüber Promiflash verrät der Schauspieler mit seinem Co-Star Martin Lawrence, an welchen Moment am Set er sich noch besonders gut erinnern kann. Wir sahen einen Szenen mit einem Donke, der nicht in den Film gemacht hat und es ist... ...der Donke. Ja. Und es ist wunderschön, es war wirklich, wirklich wunderschön, es war nur ein bisschen aus dem Tone des Films, aber wir riefen und riefen, als wir auf ihn geschaut haben. Im Laufe der Jahre verändert sich am Set jedoch einiges. Der erste Teil erscheint schließlich schon 1995. Will erzählt... Wir haben versucht, den Stil, die Energie und den Geschmack zu halten, aber auch zu modernisieren. Und das ist ein wirklich delizierter Stil. 30 Jahre vorhin war es eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Energie. Aber ich denke, dass die große Unterschiede ist, dass wir ein bisschen mehr vorsichtig sind. Wir sind sehr, sehr conscient und sehr wunderschön in den Aktionssequenzen, mehr als 30 Jahre vorhin. Außerdem leben sie mehr im Moment und genießen jeden Tag mehr als damals. Wie sich das Ganze auf der Leinwand widerspiegelt, können sich die Fans dann bald selbst ansehen. Wir sind ein bisschen rein. Bis zum nächsten Mal.